Berlin. Diese Stadt sollte vor 70 Jahren das neue Zentrum der Welt werden. Germania. Kalte Pracht, so größenwahnsinnig wie der Führer. Adolf Hitler selbst entwarf die Versammlungshallen und Paradestraßen. Einige dieser Bauten wurden tatsächlich begonnen. Ja, hier die Herzkammer des gesamten Bauwerks ist ja noch richtig archäologisch. Das, was man nicht sieht, das Ganze gibt es auch nochmal im Untergrund. Wie viel von Germania steckt noch heute in Berlin? Das Zentrum der Hauptstadt verändert ständig sein Gesicht. An einigen Plätzen wächst Neues neben Altem. An anderen Orten ist man froh, dass von der Vergangenheit nichts mehr zu sehen ist. Am Spreebogen zwischen Reichstag und Kanzleramt deutet wenig darauf hin, dass Hitler genau hier das gigantischste Bauwerk seiner neuen Hauptstadt geplant hatte. Die große Halle sollte 320 Meter hoch werden. Ein Versammlungsort für 180.000 Menschen. Die neue Welthauptstadt sollte in den Geschichtsbüchern einen ähnlichen Platz einnehmen, wie das alte Rom oder Babylon. Der Umbau der Stadt begann genau dort, wo heute das neue Regierungsviertel steht. Was aber kaum jemand weiß. Nicht weit vom Kanzleramt und einen Sprung vom Reichstag entfernt, lassen sich noch heute die baulichen Anfänge von Germania entdecken. Der Berliner Landesarchäologe Matthias Wehmhoff. Selbst er, der Kenner des Berliner Untergrunds, hat diesen geheimnisvollen Ort noch nie gesehen. Heute will er zusammen mit Sascha Keil vom Verein Berliner Unterwelten die vergessenen Reste von Hitlers Hauptstadt erkunden. Der Einstieg befindet sich irgendwo versteckt zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Der genaue Ort wird geheim gehalten. Zu groß ist die Gefahr, dass Hobbyforscher in den Schacht klettern. Tief hinab geht es unter die Parkanlagen des Tiergartens zu einem der Lieblingsprojekte Adolf Hitlers. In 15 Metern Tiefe liegt ein fast 20 Meter breiter und 100 Meter langer Betontunnel. Der Führer verlangte, dass die Kreuzungen an seiner geplanten Prunkstraße in den Untergrund verlegt werden. Kein Verkehr sollte seine Triumphzüge auf der oberirdischen Paradestraße stören. Er beauftragte seinen Lieblingsarchitekten Albert Speer mit der Lösung für Europas modernsten Tunnel. Damit der Verkehr auch im Winter reibungslos durch Berlins Untergrund fließt, plante Speer sogar, die Straßen gegen Glatteisgefahr zu beheizen. Dieser Knoten oder Kreuzungspunkt des Achsenkreuz im Boden des Tiergartens war so wichtig für Hitler und Speer, weil das hier auch der Verkehrsknoten werden sollte für die großen Achsen Ost-West, die fast fertiggestellt war, und Nord-Süd. Hier sollten eine Million Menschen und mehr auf einen großen Platz Hitlers Reden bejubeln. Hier war der Führerpalast, die Reichskanzlei geplant, die große Halle. Das hier war das Herz des neuen Berlins. Doch kein Auto ist jemals durch diesen Tunnel gefahren. Stattdessen finden die Forscher einen Hinweis auf eine ganz andere Nutzung. Eine Treppe. Eine völlig ausgetretene Treppe. Als die ersten Bomben auf Berlin fielen, wurde aus dem Tunnel ein Schutzraum. Und diese Stufen hier sind ja extrem ausgetreten. Man kann sich vorstellen, wie die hier in Panik, diese super steile Treppe, hereingestürzt sind. Runter geschlittert und sich gegenseitig geschoben und gestoßen. Das ungefähr ergibt dann das ausgetretene Bild. Letzte Spuren des Krieges. Aus der geplanten Hightech-Kreuzung wurde noch während des Baus ein Bunker. Doch Hitler trieb oben unbeirrt den Umbau Berlins voran. Wenn ich dieses Foto sehe, wie Hitler am Modell von Germania steht, dann denkt man, das ist ja irre, das ist ja verrückt, das ist ja die totale Veränderung von Berlin mit gigantischen Abrissen. Hier unten merkt man, das war bitterer Ernst. Auch das wäre umgesetzt worden. Auch das war sozusagen im Werden. Und dieser, ja, Straßentunnel, der vielleicht zunächst sogar auch ein bautechnisch-architektonisches, sehr interessantes und spannendes Gebäude und Experiment in vielen Bereichen ist, ja, ist Teil eines großen, größenwahnsinnigen Gesamtvorhabens. Das steinerne Monster Germania nahm erste Formen an. Über der Kreuzung wurde die Ost-West-Achse vom Brandenburger Tor bis zum einstigen Adolf-Hitler-Platz verbreitert. Der direkte Weg zu einem Hitlerbau, der heute immer noch voll funktionstüchtig ist. Das Olympiastadion. Das Stadion mit seinen Anlagen ist der am besten erhaltene Bau der Nazis in ganz Deutschland. Unverkennbar die Ästhetik der 30er Jahre. Immer weniger wissen heute noch, dass Hitler 1936 genau hier auf der sogenannten Führerloge die Olympischen Spiele eröffnet hat. Ein Relikt aus der damaligen Zeit, die Olympiaglocke. Mit zwei pikanten Details, die nur leicht entnazifiziert wurden. Propaganda für eine brutale Welt. Die Macht der Architektur. So sollte Germania aussehen. Hitler lieferte ständig neue Entwürfe für den Umbau der Stadt, die er mit Albert Speer diskutierte. Diesen Triumphbogen zeichnete möchte gern Architekt Hitler selbst. Hauptsache groß, 170 Meter breit und fast 120 Meter hoch. Der Triumphbogen wurde nicht gebaut, dennoch hat die Planung des Kolosses Spuren hinterlassen. Ein merkwürdiges Monstrum aus Beton steht seit über 70 Jahren genau an dem Ort, an dem Hitler seinen Triumphbogen bauen wollte. Scheinbar sinn- und nutzlos und vor allem unzerstörbar. Landesarchäologe Matthias Wehmhoff ist geradezu dankbar dafür, dass der Betonklotz den Krieg überdauert hat. Denn er ist so etwas wie der bauliche Schlüssel zu Germania. Hier wurde ab 1941 getestet, ob der märkische Sandboden den Triumphbogen überhaupt tragen konnte. Anders als die Böden anderer Metropolen wie Paris oder New York steht Berlin nicht auf felsigem, sondern sandigem Untergrund. Der Baukörper aus Beton simulierte in diesem einmaligen Versuch die Belastung des Untergrundes durch Hitlers geplantes Riesenbauwerk. Ein enormer Aufwand, aber nichts hätte den Diktator wohl mehr verärgert, als wenn sein strahlender Triumphbogen in Schieflage geraten wäre. Mit aller Gründlichkeit gingen die Statiker zwei Jahre lang ans Werk. Die Reste ihrer Versuche und Hilfsmittel sind noch vorhanden. Ja, hier die Herzkammer des gesamten Bauwerks ist ja noch richtig archäologisch. Also man sieht hier auf dem Boden auch noch Funde herumliegen, die richtig mit der Nutzung zu tun haben. Wir haben die Einlassungen hier im Boden, in der Mitte des Gebäudes, aber auch in den Ecken, die tatsächlich Messungen ermöglichen bis nach unten. Und diese Messungen führen dann dazu, dass man feststellen kann, ob das Gebäude insgesamt sich bewegt hat, sich gesetzt hat und ähnliches. Und insofern eigentlich eine tolle Befundssituation, die hier auf uns wartet. 18 Meter reicht das Bauwerk unter die Erde. 14 Meter ragt es in die Höhe. Das Ergebnis des aufwendigen Tests? Hitler plante mehrere Nummern zu groß. Der Koloss versank innerhalb von zwei Jahren um 19 Zentimeter im Boden. Man muss sich mal die Gewichte hier vorstellen. Wir haben es hier bei diesem Klotz, der aus einem ganz großen Zylinder oben und einem kleineren unten drunter besteht, mit über 12.600 Tonnen Gewicht zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind auf einen Quadratzentimeter über 12 Kilo. Und das ist schon eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Und ich finde, man merkt dem Gebäude auch an, dass die Techniker sozusagen diese Gelegenheit ganz gerne genutzt haben und mit allen Raffinessen hier ihre Tests ausgeführt haben. So eine Gelegenheit haben sie nicht nochmal bekommen. Und das erklärt vielleicht auch, wieso man nach dem Krieg sogar noch ab 48 wieder bis in die 80er Jahre hinein in diesem Gebäude Versuche und Messungen ausgeführt hat. Kaum jemand achtet auf den Klotz, der sich halb versteckt in das Stadtbild eingefügt hat. Aber auch an wesentlich prominenteren Plätzen stehen in Berlin Gebäude aus der NS-Zeit. So wie sie die Architekten in der Diktatur geplant und gebaut haben. Zum Beispiel die denkmalgeschützten Hallen des Messegeländes in Charlottenburg, Baujahr 1937. Oder die Botschaften der einstigen Verbündeten Japan und Italien im Bezirk Tiergarten. Sie entstanden nach den architektonischen Vorstellungen Albert Speers. Ironie der Geschichte. In einem einstigen Vorzeigebau der Nazi-Architektur am Fair-Berliner Platz in Berlin-Wilmersdorf residiert heute ausgerechnet die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Im Westteil der Stadt hatten sich die Alliierten nach dem Krieg dazu entschieden, funktionierende Bauten weiter zu nutzen. Wie aber sah es in Ost-Berlin aus? Im Zentrum der alten Macht. Wilhelmstraße-Ecke-Vossstraße. Hier entstand ab 1937 Hitlers neue Reichskanzlei. Das erste Großprojekt für den jungen Albert Speer. Tag und Nacht schuftete ein Heer von Bauarbeitern. Umgerechnet eine Milliarde Euro kostete der Neubau. In Rekordbauzeit konnte die neue Machtzentrale des Führers schon im Januar 1939 eingeweiht werden. Kantig, protzig, spießig. Ein Haus ganz nach Hitlers Geschmack. Besucher mussten durch Flure laufen, die scheinbar kein Ende nahmen. Architektur, die einschüchtern und klein machen sollte. Hitlers Arbeitszimmer allein maß 400 Quadratmeter. Wer die Reichskanzlei betritt, muss das Gefühl haben, vor den Herrn der Welt zu treten, sagte Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sechs Jahre später lag Berlin in Schutt und Asche. Von der Stadt, die Hitler nach dem Endsieg auf einer Stufe mit dem alten Rom oder Babylon sah, war im Sommer 1945 kaum noch etwas übrig. Auch die bereits begonnenen Bauten der selbst erkorenen Welthauptstadt Germania waren zerstört oder stark beschädigt. Die Reste der Reichskanzlei wurden kurz nach Kriegsende von amerikanischen Soldaten gefilmt. Auf die Siegermächte übte dieser Ort eine dunkle Faszination aus. Die Gebäude wurden gesprengt, doch die unterirdischen Bunkeranlagen blieben unter dem Fundament erhalten. Auch der sogenannte Führerbunker, der letzte Aufenthaltsort Hitlers, wo der Diktator am 30. April 1945 zusammen mit Eva Braun selbst Mord begangen. Anfang der 60er Jahre. Die Mauer wird gebaut. Die Grenze nahm dem DDR-Regime die lästige Beschäftigung mit der deutschen Vergangenheit ab. Begraben unter der Mauer, die Nazi-Bunker schienen für alle Zeiten vergessen. Doch dann kam er, der wohl letzte Besucher des Bunkers, Robert Konrad. Der Fotograf hatte in den 80er Jahren an verschiedenen anderen Orten in der DDR heimlich fotografiert, wie zerstört die alte Bausubstanz war. Daraufhin verweigerte man ihm einen Studienplatz. Er machte stattdessen eine Ausbildung zum Busfahrer. Eine seiner Fahrschulrouten führte ihn entlang der Mauer. Und da kam ich im Sommer 1987 als Busfahrlehrling auf dem Bock von so einem Icarus-Gelenkbus hier, die damalige Grotewold-Straße entlang, die Wilhelmstraße, und konnte aufgrund meines erhöhten Sitzplatzes eben über diesen langen Bauzaun, der hier stand, hinwegsehen. Und konnte hier links eben das große freie Terrain bis an die Mauer ran erblicken. Für die Plattenbauten mussten die Nazi-Bunker noch einmal freigelegt werden. Robert Konrad besorgte sich eine Bauarbeiterkluft und wartete auf seine Chance. Oben liefen Arbeiter vom VEB-Tiefbaukombinat herum. Und wenn der Moment günstig war und ich meine vermeintlichen Arbeitskollegen bemerkte, dass die mir den Rücken drehten, dann huschte ich eben mit meiner Kamera durch solche Türen und verschwand in der Unterwelt. 42 Jahre nach Hitlers Selbstmord sollten die Bunkerreste unbemerkt von der Öffentlichkeit endgültig verschwinden. Es war die letzte Chance zur Dokumentation. Der Fotograf stieg vorsichtig hinab in die Ruinen. Es war also unglaublich faszinierend, die eigenen Schritte, Hallen zu hören, in diesen Katakomben, wo alles, was dort noch zu sehen war, eben wirklich erschreckend original war. Bis hin zu den Projektilen und Waffenresten, die da rumlagen, Uniformreste von Wehrmachtsoffizieren, Tresore, in denen eben wirklich bedeutende Unterlagen der Regierung ursprünglich gelegen haben. Dann wieder kam man in Räume, die also regelrecht vollgestellt waren mit Mobiliar, mit Stahlschreibtischen, Stahlschränken, Tresoren oder eben auch mit Haustechniken, wie zum Beispiel hier diese Energie- und Lüftungszentrale unter der neuen Reichskanzlei, wo man dann eben auch wirklich noch so Haustechnik so fand, wie sie zum Kriegsende hinterlassen worden war. Es gab dort unterirdische Zufahrten, wo also mindestens ein großer Pkw, wenn nicht sogar ein kleiner Lkw hätte fahren können. Und da im Verlauf dann, also diesen Tunneln dort folgend in Richtung Westen, wusste ich dann zum Teil wirklich nicht mehr, ob ich unter der ersten Mauer schon durch bin. Das war für mich allerdings weniger verlockend. Die Hoffnung, da nun wirklich im Westen rauszukommen, hatte ich nicht. Also das wäre naiv gewesen. Im Gegenteil, ich hatte einfach eher Angst, dass Grenzer mich dort unten ertappen und mir unterstellen, dass ich hätte fliehen wollen. Aber die Faszination, was kommt am Ende des Tunnels, war stellenweise größer als die Vernunft. Es ging aber zum Glück ja immer gut. Robert Konrad fotografierte sich vor dem Führerbunker sogar lässig selbst. Er war der Letzte, der die Bunker von Hitler und Goebbels dokumentiert hat, bevor sie endgültig zugeschüttet und versiegelt wurden. Nur wenige Schritte vom Ort der Täter, ein Ort für die Opfer. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. 19.000 Quadratmeter groß. Hier kann man sich verlieren, in Gedanken und Erinnerungen. Wo aber geht es zu den Tätern? Hat Berlin etwa immer noch Angst vor Nazi-Nostalgikern? Der Ort, von dem der Holocaust ausging, ist vollkommen unsichtbar. Die Touristen wirken in der Wilhelmstraße einigermaßen desorientiert. Man ist auf ortskundige Profis angewiesen. Also nicht die neue Reichskanzlei hatte den Bunker, den berühmten, berüchtigten Führerbunker unter sich, sondern die alte Reichskanzlei. Das war so ein Stückchen hier hinter uns. Das ist eben auch der Ort, wo Adolf Hitler am 30. April 1945 seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Wo sein direkter Nachfolger als Reichskanzler, Josef Goebbels, ebenfalls eigentlich nur Stunden später mit seiner ganzen Familie Suizid gemacht hat. Man könnte also eigentlich sagen, hier auf diesem Gelände der Reichskanzlei waren die allerletzten Züge des Dritten Reiches. Viele tausend Besucher kommen seit dem Mauerfall an diesen Ort. Aber trotz Wiedervereinigung, dieser Teil der Geschichte bleibt hier auch nach dem Ende der DDR verborgen. Wenn man diesen Ort hier, wo eben Neubauten stehen, wo eben aus der damaligen Zeit, Nazi-Zeit nichts mehr steht, vergleicht mit einem Ort wie im Gendarmenmarkt oder im Brandenburger Tor, ist das hier eher ein Ort, wo man eben mehr erzählen muss, wo man die Imagination der Kunden wecken muss. Aber auch ein Ort, wo viele Kunden dann eher sagen, aha, hier wäre ich ja ohne dich nicht hingekommen. Es gibt immer so ein bisschen diesen Glaubenskrieg bei Stadtführern. Manche arbeiten dann mit Bildern zum Vorzeigen, andere tun das nicht. Ihr habt gesehen, ich mache das nicht, nutze allerdings die von Vereinen oder von der Topografie des Terrors hier aufgestellten Schilder selber auch. Das einzige Schild, das auf die Täter hinweist, wurde durch die Initiative eines Vereins aufgestellt, die Berliner Unterwelten. Die nächsten fünf bis zehn Jahre sieht nicht vor, dass hier mehr Geschichte gezeigt werden soll, aber es ist der Trend. Und wir hoffen darauf und unterstützen das, wo wir können, auch durch unsere Tafel hier drüben. Dass wir Informationstafeln aufstellen, ist ja ein erster Schritt. Ein kleiner, aber ein erster Schritt in die Richtung. Denn die Touristen kommen so oder so. Und ob sie jetzt schlechte, falsche Informationen und Legenden weitertragen in die Welt oder die korrekten und eine überdachte, verantwortungsvolle Sicht dieser jüngeren deutschen Geschichte, das ist die einzige Entscheidung, die uns bleibt. Nicht, ob sie sie erzählen. Und so kommt es, dass an diesem merkwürdigen historischen Ort Geschichte auch von ganz unerwarteter Seite vermittelt wird. Früher Reichskanzlei, heute Pekingente. Ein China-Restaurant informiert ganz pragmatisch auf der Speisekarte, neben Frühlingsrollen und Wantan-Suppe, über Hitler, Speer und die Reichskanzlei. Genau hier befand sich der Eingang zu Hitlers Machtzentrale, direkt hinter der Pekingente. In der Reichskanzlei verbaute Albert Speer riesige Mengen an prächtigem roten Marmor in den Fluren und Sälen. Was aus dem kostbaren Marmor geworden ist, darum ranken sich immer wieder Mythen und Legenden. In fast jedem Touristenführer ist nachzulesen, dass der Reichskanzlei Marmor im U-Bahnhof Mohrenstraße gelandet ist. Aber stimmt das wirklich? Noch nie wurde ein Materialtest gemacht. Sascha Keil will der Sache auf den Grund gehen. Der Bahnhof lag nach dem Krieg auf Ost-Berliner Gebiet und wurde 1950 nach der Beseitigung der Kriegsschäden wieder eröffnet. Die DDR tat alles dafür, jede Verbindung zum Dritten Reich zu vermeiden. Der Einbau von Hitlers Marmor auf dem wichtigen neuen U-Bahnhof hätte so gar nicht zu der offiziellen Linie gepasst. Andererseits, der U-Bahnhof liegt nur 100 Meter entfernt von dem Ort, an dem die Ruine der Reichskanzlei stand. Man hätte den Marmor fast per Hand hertragen können. Und die DDR hätte viel Geld gespart für diesen Vorzeigebahnhof. Schließlich war Marmor fast unbezahlbar. Fahren also tausende Berliner jeden Tag durch einen Bahnhof mit recyceltem Marmor aus Adolf Hitlers Prunkbau? Oder war es eine frische Marmor-Lieferung, wie von der DDR behauptet? Also Dokumente, die uns vorliegen, besagen, dass der Reichskanzlei Marmor aus Thüringen stammt, der sogenannte Saalburger Marmor. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man diesen Steinbruch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht geschlossen hat, sondern das Material aus diesem Steinbruch weiterverwendet wurde. Und dem wollen wir nachgehen. In Thüringen. Aus alten Lieferscheinen weiß Sascha Keil, dass sich die Baumeister des Nazireichs aus einem Steinbruch in Saalburg-Ebersdorf bedient haben. Der Marmor aus dieser Region galt schon im 18. Jahrhundert als besonders wertvoll. Hitler höchstpersönlich hatte sich für den Stein entschieden. Ein erfahrener Steinmetz soll helfen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Also ich habe jetzt das Stück dabei, was wir auf dem U-Bahnhof Mohrenstraße in Berlin abgebaut haben. Das hier ist das Stück von der Platte, schon mal rausgeschnitten. Das da vorne müsste doch der Rotton sein, den wir in etwa suchen. Ich würde gerne einen Vergleich anstellen. Und der Farbton, der mir am ähnlichsten erscheint, ist da drüben. Jetzt werden wir mal hier gleich in die ersten Blöcke rangehen. Niemand kennt den Saalburger Marmor besser als der 73-jährige Hartmut Weber. Rot ist für ihn nicht gleich rot. Für Weber ist die Probe aus der Mohrenstraße etwas zu dunkel. Ich würde schon sagen, dass der Stein als Ursprung ein Königsrot ist und kein Rot aus dem Saalburger Marmorbruch hier. Hartmut Weber ist skeptisch. Für das ungeübte Auge jedoch sieht der Marmor der Probe aus der Mohrenstraße sehr ähnlich. Sascha Keil will mit zwei Vergleichsstücken weiter recherchieren. Also gefühlsmäßig sind wir hier nicht nur aufgrund der Dokumentenlage an der absolut richtigen Stelle. In diesen Brüchen hier in der Saalburger Region sind die Marmorvorhaben ausgebeutet worden für die Berliner Bauvorhaben. Das schon seit vielen Jahrzehnten und unter mehreren Regierungen, nicht nur Hitlers, sondern eben auch der DDR-Zeit. Die Rotfärbung des Marmors, die wir hier auch in der Facette sehen in diesem Bruch, kommt dem sehr nahe, dem Stück, was wir mitgebracht haben aus Berlin. Hier können wir weitermachen. In einem Labor der Mineralogen der Freien Universität Berlin soll Klarheit geschaffen werden. Dr. Ralf Milke ist der Spezialist, wenn es darum geht, alten Steinen ihre Geschichte zu entlocken. Der Wissenschaftler hat den Marmor aus der Mohrenstraße mit dem aus dem Steinbruch verglichen. Zehn Tage lang wurden die Proben in transparenten Dünnschliffen auf die Analyse vorbereitet. Das Ziel ist der Vergleich der chemischen Zusammensetzung der Minerale. Mit einer Elektronenstrahl-Mikrosonde hat der Forscher die Probenflächen auf ein Tausendstel Millimeter vergrößert. Heute will sich Sascha Keil das Ergebnis abholen. Jetzt habe ich hier die Probe aus der Mohrenstraße, aus der U-Bahn-Station. Jetzt zoome ich da mal rein und jetzt sieht man etwas, was man vorher auch am Mikroskop überhaupt nicht sehen kann, am Lichtmikroskop. Diese feinen Striche hier, das sind alles einzelne Minerale, die fehlen in der anderen Probe vom Steinbruch eigentlich völlig. Dafür hat das Stück aus dem Steinbruch Strukturen, die in der Mohrenstraße völlig fehlen. Die Probe vom Steinbruch, die enthält jede Menge Überreste an Fossilienschalen. Der Kalkstein, der ist aus einem ehemaligen Kalkschlamm entstanden und da sind noch kleine Schalenreste drin. Und das ist eigentlich ein deutliches Indiz, dass diese beiden Gesteinsproben eine unterschiedliche geologische Geschichte haben. Das bedeutet, der Marmor aus der Mohrenstraße stammt nicht aus dem gleichen Steinbruch, aus dem der Marmor der Reichskanzlei gebrochen wurde. Aber eine Frage bleibt. Wo ist dann das viele Material, die wertvollen Baumaterialien, die nachweislich abgebaut wurden, aus der Reichskanzlei geblieben? Tonnen von Marmor, wo sind die hin? Spekuliert wird in Berlin seit Jahrzehnten. Viele Orte werden immer wieder genannt. Auch das sowjetische Ehrenmal im Tiergarten. Allerdings, es wurde bereits 1945 errichtet, als die Reichskanzlei noch gar nicht gesprengt worden war. Die Volksbühne erscheint schon wahrscheinlicher. Für das Foyer des Theaters in Berlin-Mitte fehlen allerdings bislang sichere Belege für die Herkunft des Marmors. Die Spur der Steine führt weiter zur Humboldt-Universität. Dieser Marmor wurde während der NS-Diktatur aber nachweislich außerhalb Berlins gelagert. Und auch das sowjetische Ehrenmal in Treptow scheidet aus. Der vermeintliche Marmor hier ist in Wirklichkeit Granit. Hitlers Germania ist eben doch nicht so leicht zu finden. Und doch gibt es NS-Relikte an Orten, an denen man sie am wenigsten vermuten würde. Zum Beispiel in einem Verwaltungsgebäude des Bundestages. Ein Haus, das 1937 zum Reichsinnenministerium gehörte. Es ist nicht so sehr der erstaunlich moderne Bau, der überrascht, sondern vielmehr ein Detail, das so unscheinbar über einer Tür angebracht ist, dass man es fast übersieht. In Charlottenburg thront ein Reichsadler über dem Haupteingang des Finanzamtes. Statt Hakenkreuz halten seine Klauen heute die Hausnummer. Auch die Laternen auf Berlins breitester Straße sind ein Erbe aus der Zeit der Diktatur. Die von Albert Speer entworfenen Lampen gehören seit den 30er Jahren zum Stadtbild. Wie leicht werden sie heute übersehen? Auch die Reliefs aus den 30er Jahren, die mehr als die Laternen ahnen lassen, welche Ideologie dahinter steht. Eine besondere Herausforderung wartet auf Denkmalpfleger und Archäologen dort, wo sich die Natur des schwierigen Erbes bemächtigt hat. Der Teufelsberg im noblen Grunewald ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Westen der Stadt. Hier ist es wild romantisch. Der 120 Meter hohe Berg war während des Kalten Krieges aber auch für Agenten interessant. 1957 baute die US-Armee eine Abhöranlage auf den Berg. Mit in den Kuppeln versteckten Antennen konnten Amerikaner und Briten den Flug- und Funkverkehr bis etwa 600 Kilometer weit hinter den Eisernen Vorhang überwachen. Sie nannten den Berg den letzten Hügel vor Moskau. Nach dem Fall der Berliner Mauer ließen sie ihre inzwischen skurril wirkende Field Station zurück. Der Teufelsberg hat jedoch im Volksmund noch einen anderen Namen. Berliner nennen ihn auch Trümmerberg. Denn wo sich heute der Teufelsberg befindet, liegen die baulichen Reste der neuen Hochschulstadt der Nationalsozialisten. Studenten der Geo-Scientific Society bereiten eine geo-elektrische Messung vor, um sichtbar zu machen, was von Hitlers Hochschule tatsächlich gebaut wurde. Dieser Ort bietet ein hervorragendes archäologisches Testgelände für verschiedenste Methoden. Denn es sind so extreme Bedingungen hier, wie wir sie an kaum einem anderen Ort in einer natürlichen Grabung haben, dass wir durch einen solchen hohen Berg von Kriegsschutt hindurch müssen, um zu kontrollieren, was da unten drunter steckt. Die Studenten setzen elektrische Widerstandsmessungen ein, mit denen man Strukturen erkennen kann, ohne einen Spatenstich zu machen. Denn für eine echte archäologische Ausgrabung liegt der Bau zu tief im Berg begraben. Da haben wir jetzt ja wirklich ganz starke Reflexe, nicht? Die blauen Strukturen, da müssen wir richtig mit massiver Gebäudesubstanz rechnen. Und es steht ja offensichtlich noch ziemlich viel von dem Gebäude aufrecht, wenn man sich das anschaut hier. Aber allein von dieser Höhe haben wir doch 15, 16 Meter aufrecht stehend die Wand. Genau, das ist ja so ziemlich den Außenmaßen entsprechend. Also wir sehen hier die beiden Anomalien, das sind die Eckpunkte von dem Gebäude. Und die sind hier auch 100 Meter ungefähr auseinander. Und das geht hier über 315 Meter. Die Wehrtechnische Fakultät war das einzige Gebäude der geplanten Hochschulstadt, das bis zum Rohbau fertig gebaut wurde. Nach dem Krieg diente der Ort als Schutthalde. 26 Millionen Kubikmeter Kriegstrümmer wurden hier bis 1972 abgeladen. Ein Drittel des zerstörten Berlins. Ja, dieser Befund hier ist tatsächlich eingekapselt. Also er ist ja optimal geschützt. Besser geht es ja gar nicht, als wenn da 20 Meter Schutt drauf liegen. Und er wird da sicherlich auch seine Zeiten so überdauern. Das ist eigentlich das Beste, was uns Archäologen passieren kann. Also wir haben auch die Aufgabe, unsere Denkmäler einfach zu schützen. Und bei einem solchen Denkmal sollte man auf jeden Fall den Schutt drüber lassen. Weil der Berg und vor allem alles, was darunter liegt, so gut geschützt ist, vermuten viele Experten, dass es am Teufelsberg noch einiges zu entdecken gibt. Zum Beispiel soll sich irgendwo tief im Untergrund ein Schacht befinden, der vielleicht einmal der Notausgang einer neuen U-Bahn-Linie der geplanten Hochschulstadt gewesen sein könnte. Lucinda, Sven und Ramona sind auf der Suche nach Hinweisen oder Spuren für einen versteckten Einstieg. Schon bei früheren Erkundungstouren ist ihnen ein verlassenes Haus aus Backstein aufgefallen. Das Häuschen gehört den Berliner Verkehrsbetrieben. Nach Aussage der BVG existiert weder die geplante U-Bahn-Linie noch ein Notausgang. Warum mitten im Grunewald dieses Gebäude errichtet wurde und was seine Funktion war, bleibt unklar. Nur eines scheint sicher, der Eigentümer der Hütte scheint kein großes Interesse daran zu haben. Also es sieht so aus, als hätte es hier einen Abstieg zum U-Bahn-Tunnel gegeben und dass dieser Betonplatz nachträglich gebaut worden ist. Das verhindert werden kann, dass da Leute einsteigen. Der Teufelsberg birgt noch immer einige Geheimnisse. Auch wenn im wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Geschichte gewachsen ist. Aber in Berlin weiß man nie. Immer wenn man glaubt, schon alles über einen Ort zu wissen, kann ein neues Stück unbekannter Geschichte hervorkommen. So wie am Flughafen Tempelhof. Das größte aller Bauwerke, das die Nazis in der Stadt umgebaut haben. 1935 schaltete sich Hitler persönlich in die Bauplanungen für den Weltflughafen ein. Er forderte, die neue Architektur müsse ewig und überwältigend sein. Die unvollendete Ehrenhalle über dem Eingang lässt ahnen, wie Hitlers Wünsche sofort umgesetzt wurden. Ab dem Ende der 30er Jahre wuchs das Gebäude vorübergehend zum flächenmäßig größten Bauwerk der Welt. Das Verkehrsaufkommen im Tempelhof war höher als in Paris oder London. Mit 1,2 Kilometern Gesamtlänge ist das Bauwerk noch heute eines der größten Europas. Aber die Nazis planten nicht nur für den zivilen Luftverkehr. Unter der Erde wuchs der Flughafen genauso gigantisch. Verborgen vor neugierigen Blicken entstand hier eine der größten Montagehallen für Luftbomber weltweit. Die Teile kamen über den reißbaren Gleisanschluss von dieser Richtung hierher und wurden im letzten Drittel des Tunnels bombensicher entmontiert. Wir sehen noch Reste der Laufkatze hier oben, auch den Motorschlitten. Und die Focke Wulf 190 füllte mit ihrer Spannweite bis auf wenige Zentimeter links und rechts die volle Breite dieses Tunnelabschnitts aus. Zwangsarbeiter mussten im Akkord die Jagdbomber der Luftwaffe zusammenschrauben. Das Leben und Arbeiten unter dem Flughafen muss für sie einem Albtraum geglichen haben. Bei Bombenalarm mussten sie durch das unterirdische Labyrinth aus Tunneln und Katakomben hetzen, auf der Flucht vor den Einschlägen über ihnen. Dabei durften sie nicht einfach in den nächsten verfügbaren Bunker. Auch unter der Erde sorgten die Nazis für eine klare Trennung zwischen deutschen Facharbeitern und den Zwangsarbeitern, die vor allem aus Osteuropa verschleppt wurden. In diesen Bunkerräumen waren die Angehörigen der Lufthansa AG untergebracht und Kinder auch tageweise. Später dann die Zivilbevölkerung aus der Wohnumgebung an den Wänden finden sich als Ablenkung von den Luftangriffen und dem Krieg Motive nach Wilhelm Busch. Die Zwangsarbeiter, die hier auf dem Areal Flugzeuge fertigen mussten, waren sehr viel primitiver untergebracht. Man kann mehrere Stunden durch die unterirdischen Anlagen des Flughafens laufen und immer wieder tauchen neue Gänge und Tunnel auf. Einige noch mit den Brandspuren der Tage, in denen der Flughafen von den sowjetischen Truppen befreit wurde. Über fünf Kilometer ziehen sich die Katakomben im Untergrund durch die Erde. Immer weiter geht es durch das Gewölbe. Schließlich findet Sascha Keil Räume mit Rundbögen. Vielleicht die provisorischen Schutzräume der Zwangsarbeiter? Die besten, am besten ausgeführten Schutzbauwerke waren natürlich den NS-Größen vorbehalten, auch den Militärs, Ministerien und so weiter. Und man kann schon davon ausgehen, dass in den schlechter Geschützten, wie einem solchen spätgebauten, materialschonend gebauten Bunker, dann auch die Menschen untergebracht wurden, die für das Regime nicht von höherem oder sogar von geringem Wert waren. Mit ihnen haben die Funde zu tun, die erst im letzten Jahr direkt unter dem Flugfeld gemacht wurden. Die Archäologen zeigen eindrucksvoll, wie genau sie eine vergessene Geschichte nacherzählen können. Die Geschichte eines Zwangsarbeiterlagers. Die auf den ersten Blick unscheinbaren Fundstücke aus dem Lager haben es in sich. Ganz viele Details darüber, wie man hier gelebt hat als Zwangsarbeiter oder Zwangsarbeiterin, sind nicht mehr bekannt. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie dick waren die Wände, wie war es temperaturmäßig im Winter, Sommer und so weiter, dann sind so kleine Indizien wie eben ein rostiger Nagel, der am Ende umgebogen ist. Und in der Regel haben diese Nägel, von denen wir sehr viele finden, eine Länge von sieben Zentimetern und dann den Knick, dann kann man sagen, ja gut, die Wände haben eine bestimmte Dicke gehabt, die waren aus Holz, das wissen wir, und mehr nicht, sieben Zentimeter. Dann können Sie sich daran ausrechnen, wie kalt es im Zweifelsfalle im Winter bei allem Heizen gewesen ist hier. Eigene Berichte der Zwangsarbeiter gibt es nicht. Stattdessen sprechen heute die Funde zu uns. Der Stacheldraht ist ganz am Boden gespannt, das heißt, man sollte auch nicht unten drunter durchgraben können. Also da kann man sehen, bis zu welchem Grade auch Zwangsarbeiter hier eingekerkert sozusagen gewesen sind. Das sind fast gefängnisähnliche Zustände gewesen. Für die Arbeitssklaven waren die Qualen erst vorbei, als die russischen Truppen Berlin befreiten und den Flughafen am 4. Juli 1945 an die Amerikaner übergaben. Dass der Flugplatz als Rüstungsschmiede genutzt wurde, geriet schnell in Vergessenheit. Gleich nach dem Wiederaufbau machte Tempelhof wieder positivere Schlagzeilen. Denn hier landeten und starteten die Flugzeuge der Alliierten, die Berlin mit der Luftbrücke am Leben erhielten. Ein Jahr wurde die Stadt 1948 aus der Luft versorgt. Alle drei Minuten landete ein Flugzeug. In 30 Minuten musste jede Maschine entladen und wieder startbereit sein. Bis zu 1400 Starts und Landungen innerhalb von 24 Stunden. Die Flugzeuge flogen bei Tag und Nacht in einer so engen Reihenfolge, dass jeder Pilot nur einen Landeversuch hatte. Misslang er musste er mit seiner gesamten Ladung wieder umkehren. Die Luftbrücke war ein Husarenstück. Auch deshalb ist den Berlinern der Flughafen ans Herz gewachsen. Heute wird das Gelände vor allem als Sport- und Freizeitanlage genutzt. Ausgerechnet hier hätte wohl kaum jemand ein Zwangsarbeiterlager vermutet. Auf den ersten Blick scheinen wir ja fast alles über die NS-Zeit zu wissen. Es gibt unheimliche Fülle an Quellen, an Schriftquellen. Aber die Archäologie bringt ganz, ganz neue Aspekte dazu. Es gibt halt Bereiche, die zum Teil auch ganz bewusst nicht dokumentiert worden sind. Und es gibt eine Vermengung von Geschichten in den Sachzeugnissen, die wir über die Schriftquellen nie finden würden. Hier liegt alles zusammen, was an einem Ort geschehen ist. Und das bringt tatsächlich ganz häufig ganz, ganz neue Aspekte ans Tageslicht. Die Archäologie bietet einen unverfälschten Blick in die Vergangenheit. Direkt neben den Baracken finden die Forscher bisher unbekannte Splitterschutzgräben aus Beton. Hier sollten sich die Zwangsarbeiter in größter Not hineinwerfen, bei einem Luftangriff. Und auch hier finden die Archäologen Gegenstände, die an die Menschen erinnern. Wie dieses Stück Glas, vielleicht Teil eines Schmuckstücks. Wie es unter den Betonboden geriet oder wem es gehörte, ist unklar. Sicher ist, dass es fast 70 Jahre lang unangetastet unter den schweren Betonplatten lag. Fast 4000 Menschen wurden in Tempelhof zur Arbeit gezwungen. Die meisten von ihnen stammten aus Osteuropa. Sie hinterließen das, was ihnen von den Nationalsozialisten zum Leben gelassen wurde. Es wird Jahre dauern, alle Funde zu dokumentieren und auszuwerten. Hier wird klar, Tempelhof hat eine tragische und dramatische Vergangenheit. Wir haben eine ganze Reihe an Plaketten gefunden, von denen es zwei Sorten gibt. Es sind welche da, die gestand sind auf der Vorderseite mit Nummern. Dann gibt es aber auch Objekte, wo wir genau feststellen können, dass die offensichtlich von den Zwangsarbeitern selbst gemacht worden sind. Man hat hier mit einem Bohrer kleine Punkte reingebohrt. Das heißt, es müssen Arbeiter gewesen sein, die Zugang zu Maschinen hatten. Und was hier eben entstanden ist, das sind die Initialen Hb. Das sind Funde, bei denen wir eben doch sehr viel intensiver uns noch damit beschäftigen müssen, um herauszufinden, was die für einen Sinn innerhalb dieses Zwangsarbeiterlagers hatten. Der einstige Flughafen ist zu einem Bodenarchiv geworden. Wie so viele andere Orte in Berlin, an denen Relikte des Dritten Reichs noch zu sehen sind oder im Boden schlummern. Im Stadtbild von Berlin haben sich doch eine Fülle von Gebäuden aus der Zeit der Nazi-Diktatur erhalten. Viel mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Und es ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung, einen angemessenen Umgang mit diesen Gebäuden auch zu finden. Erhält man sie? Würdigt man damit in gewisser Weise die Diktatur? Oder zerstört man sie und verdrängt man damit die Erinnerung an diese Epoche aus der Geschichte? Ich bin der Überzeugung, das ist einfach ein Teil der Geschichte Deutschlands, ein Teil der Geschichte der Hauptstadt. Und es ist ganz wichtig, dass man solche Phasen, auch so schreckliche Phasen, auch im Stadtbild noch, ablesen kann. Dass sie ihre Spuren hinterlassen haben. Die Stadt entsteht aus Gebäuden verschiedenster Epochen. Und diese zwölf Jahre sind für Deutschland doch eine ganz, ganz wichtige Zäsur gewesen. Deswegen sollte man zu diesem Erbe auch stehen, Nutzung dafür auch finden. Ich denke, den Gebäuden sieht man an, aus welchem Geist sie entstanden sind. Und das ist vielleicht das Wesentliche, was ein Denkmal ausmacht. Manche der bösen Bauten sind berühmt und beliebt. Manche dagegen provozieren uns heute noch mit ihren kalten Fassaden. Zeugen einer Zeit, die wir aushalten sollten. Die Steine haben etwas zu erzählen. Können proceduralen chínhflベούde getting tag? Ja, jetzt das war. In der Mitte von loans Masala in Taschams. Manche der Kupeisen sollte eine zuge Constell erstellt. Ja, ich denke, diese Zeit von defined. Das ist nachcolo. Untertitelung des ZDF, 2020